Gegen diese Kugeln aus Polizeiwaffen hatte Abdui keine Chance. Dramatische Szenen in einem Wohngebiet in Groß-Gerau in Hessen. Zwei Polizeibeamte versuchen, einen aggressiven Messermann in Schach zu halten. Plötzlich fallen mehr als neun Schüsse. Der Mann mit dem Messer bricht zusammen und stirbt. Es geht um einen nichtigen Familienstreit. Der 39-jährige Somalier Abdui, der seit mehr als 15 Jahren in Deutschland lebt, greift mit einem Messer erst seine Frau und dann seine Mutter an. Als Nachbarn helfen wollen, verletzt er diese ebenfalls. Die Polizei kommt, will schlichten. Zwei Beamte gehen auf den Somalier zu, rufen mehrfach, dass er das Messer fallen lassen soll. Messer liegen! Messer liegen! Messer weg! Das Messer aufs Boden! Dann fällt ein Warnschuss, abgegeben vom Polizisten auf der linken Seite. Daraufhin eröffnet der Beamte auf der rechten Seite das Feuer. Als neun Schüsse peitschen durch die Nacht, fünf davon treffen Abdui in Arme und Beine. Der Somalier sagt zusammen, stirbt kurz darauf. Die Obduktion zeigt später, die tödliche Kugel war vom Arm abgeprallt und dann in seinen Oberkörper eingedrungen. Jetzt muss geklärt werden, ob die Beamten richtig gehandelt haben. Müssen sie eine Gefahr für sich oder andere abwehren, läuft es meist auf Notwehr oder Nothilfe hinaus. In dem Fall würden sie nicht bestraft werden. Hätten sie die Situation auch ohne Schusswaffengebrauch unter Kontrolle bringen können, stände bei tödlichem Schusswaffengebrauch potenziell ein Tötungsdelikt im Raum. Die Auswahl der Agenten Bis zum nächsten Mal.